Moin Moin und Hallo! Heute möchte ich gerne zeigen, wie eine Pfeffermühle befüllt und verwendet werden kann. Hier haben wir eine Pfeffermühle. Eine Pfeffermühle ist ein mechanisches oder elektronisch mechanisches Küchengerät sowie ein Tischaccessoire zum Zermahlen vom Pfefferkörner in Form einer handlichen Mühle. Sie gehört zu den in Haushalt und Gastronomie gebräuchlichen Gewürzmühlen. Als allererstes entfernen wir oben die Schraube, dann ziehen wir den Kopf oben heraus. Nun kommt das neue Pfefferkörnerchensortiment zum Einsatz. Es gibt diverse unterschiedliche Pfeffersorten. Sucht euch einfach ein paar aus. Sie müssen natürlich in Körnerform vorliegen und diese füllt ihr dann in die Mühle herein. Es ist ratsam, die Mühle nicht übermäßig zu befüllen. Ansonsten kann es zu einer vorigen Quetschung schon kommen und das wollen wir vermeiden. Das heißt also, macht die Mühle nicht bis zum Rand voll. Füllt sie etwa halb bis drei Viertel voll, also höchstens bis ihr diese Plastikteile oben seht. Dann kommt der Kopf wieder oben drauf. In diesem Fall ist der Kopf sogar mit so einer Nut versehen. Das heißt, er passt nur so hinein, dass die Nut passt. Da passt sie nun. So, dann kommt oben drauf natürlich noch die Schraube. Die Schraube wird nicht monstermäßig festgezogen, sondern sonst so fest, dass wir den Kopf oben noch bewegen können. Und nun bewegt ihr oben den Kopf nach rechts und unten, bewegt ihr dadurch das Mahlwerk und dies Mahlwerk malt eure Pfefferkörner zu einem schönen leckeren Pfeffer gemahlenen Zeugs. Ich danke fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun zun!